Jesus trug selbst sein Kreuz hinaus. Johannes 19, 17 Schmerzensreiche Mutter, jetzt ist es wahr geworden, was Simeon dir angekündigt hat. Die grausame Wirklichkeit hat deine bangen Ahnungen weit übertroffen. Seit der Gefangennahme vermehrte jede Stunde deine Angst und Qual. Auf dem Wege nach Golgotha gelang es dir endlich, deinem Sohn auch äußerlich nahe zu kommen, nachdem dein Herz im Geistig in Teilnahme der Liebe und Opferbereitschaft ganz nahe war. Sicherlich bereitete es dem Heiland Trost. Dass du dich so mutig zu ihm wagtest und bekanntest. Aber es hat ihm doch überaus weh getan, dir den herben Schmerz nicht ersparen zu dürfen, ihn in solcher Morte und Erniedrigung sehen zu müssen. Auch dein Mutterherz vermuchte nicht, ihn von dem schweren Gang abzuhalten, wie es dir auch ganz fern lag, ihn aufzuhalten. Immer standen der Wille des Vaters und die Liebe zu den Seelen vor dir und deinem Kind. Mutter, zu dieser Station, auf deinem Weg nach Golgotha, bringe ich alle Mütter, die ihre Kinder in Kummer, Not und Verlassenheit wissen und ihnen nicht helfen können. Dein Beispiel leuchte besonders jenen, die ihre Kinder um Christi willen ein Leben des Opfers auf sich nehmen sehen, damit auch sie ihr tapferes Ja dazu sagen. Trost in deinem Leid war die Hilfe Simons von Sirene und die mutige Tat der Veronika. So lass auch mich helfen wie Simon und lindern wie Veronika, so oft mir Christus in einem Leidtragenden begegnet. Schmerzgebeugte Mutter, erf allen Kreuzträgern. Erbitte uns von Jesus die Gnade, ihn im Treue nachzufolgen. Wende deine Fürsprache auch den Leichtsinnigen und den Spöttern zu, damit sie ihre Sünden bereuen und als verwandelte Menschen den Weg des Heiles gehen. Amen. Christi Mutter, stand mit Schmerzen, bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr Liebesinnigen und den Weg des Heiles gehen. Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todestrauer, jetzt der Schmerz des Leidens ging. Gleich ein Schmerz der Auserborenen, da sie sah den Eingeborenen, wie er mit dem Tode traut. Angst und Jammer, Qual und Wanken, alles Leid gilt sie umfangend, dass nur je ein Herz durchdrangt, ist ein Mensch auf aller Erden, der nicht muss erweichet werden, wenn er Christi Mutter denkt. Wie sie ganz und geht zerschlagen, gleich da steht und alles klagen. nur den Schmerz des Heiles und uns versenkt. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen, Maria mit dem Kind erlieb, uns allen deinen Segen gib. Wir sind zurückiyoruz. Wir sind zurückz copy. Und grovt sei Jesus Christus, YOUneabeitnterm, starbettend. Untertitelung des ZDF, 2020